Und das ist noch so ein Mungo-Mungo-Kind. Speichern wir kurz. Das ist auch enorm wichtig, das Mittel speichern. Wenn man es nicht macht, vergeigt man möglicherweise halt die Chance auf einen Gewinn, wenn man nachher stirbt und dann den ganzen Scheiß wieder von vorne machen muss. Das ist ja auch nicht besonders. Da oben oder hier unten? Was kann man denn überhaupt da... Ach, hier. Noch was fressen. Yummy, Wolfsleber. Mit dem Blocken, ehrlich gesagt, muss ich sagen, habe ich es nicht so. Es funktioniert nicht wirklich mit dem Blocken. Ich probiere es des Öfteren mal, das so hinzukriegen, dass es... Eigentlich müsste er im Kampf mit Rechts-Taste blocken, aber... Oh, da oben sind noch eine ganze Menge. Ah, hier. Komm mal. Brenne! Aua! Ja, ich hasse diese Axt, Kämpfer, man. Ja, prügel mich halt, du Sack. Ich weiß, ausweichen werde ich nicht. So, haben wir es erledigt? Was soll ich mit dem Kram, Alter? Ist überhaupt irgendwas, was wir machen können? Nee, oder? Mhm. Ahaha. Patronen und so'n Sch. Das ist Tabak. Irgendwas... Spannendes, das... Wofür es sich lohnt, hierher zu kommen. Hm? Weil das ist eh irgendwie alles so niedrig-leveliges Gebiet von daher. Aua! Scheiße. Das war jetzt richtig knapp. Und das ist noch so eine Truhe. Den Dingern habe ich ungefähr 2000 oder so. Das macht auch kein Mensch mehr. Ich weiß, meditieren wäre wahrscheinlich die beste Variante, aber egal. Ja, haben wir auf jeden Fall auch mal aufgedeckt, was hier so ist, von daher. So. Dann auf die Post. Wo ist denn hier das Schild? Hier kann man schnell reißen, genau. Ähm... Banditenlanger. Ja, das heißt halt einfach, dass wir es erledigt haben, oder? Das, wenn es weiß ist. Oder nee, grau ist es doch sein. Egal. Gucken wir mal. Okay. Nächste Aktion ist ja hier hinten was. Genau. Die eine Mission da haben wir ja schon erledigt. Kurz meditieren. Oh. Eine Stunde. Das reicht schon. Da meine ich noch Tag. Kurz gespeichert. Ich spiele übrigens mit Maus und Tastatur. Ähm... Angeblich soll es mit, ähm... Gamepad erheblich besser sein. Also besser funktionieren. Kann ich natürlich... Also ich... Ich steuere gerne mal das Pferd oder so mit... Mit dem Gamepad zwischendurch. Man kann ja ohne weiter zu behalten. Was ich auch sehr, sehr toll finde in den Spielen, wo das funktioniert. Wie bei GTA 5 funktioniert es genau gleich. Ziemlich praktisch. Wenn man einfach so kurzes... Kurzhand das Gamepad kurz einschalten kann und dann... ...fach weiterspielen kann. So... Ich will eigentlich Philippa nicht töten. Philippa... Ist doch die... Ex-Freundin von... Von daher. Die haben beide, also die Ex-Freundin auf jeden Fall geholfen. Ja... Muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich jetzt eine Freundin da kille. So... Ist gespeichert, man weiß nie was passiert. Hier muss ich auch der Boden nehmen. Sollen wir auf jeden Fall mit der erstmal labern. Echsenjäger. Haben sie sie gefangen genommen oder getötet? Nee. Ich will nicht schief. Wir haben geordnet, um diese Karte zu suchen. Und das ist was wir machen. Wir werden mit den Gehreisen. Dann werden wir mit dem Flaschen gehen. Ich will mit den Gehreisen. Gehreisen mit dem Flaschen. Ah, den kann ich nicht haben. Das ist nicht viel, Philippa. Hast du Probleme? Nichts, aber... ...eine Flaschen, nach der andere. Und du guckst, wer bist du? Ich habe die Probleme. Ich habe die Probleme. Es ist eine Art, um deine Probleme zu lösen. Rattavid hat mich. Nein, das ist du. Ich habe dich erwartet. Ich habe dich nicht genau. Ich habe dich nicht gewöhnt. Ich habe dich nicht gewöhnt. Wir haben uns gedacht. Wir haben die Arbeit gemacht. Jetzt bist du, und du gehst all die Glück. Ich habe dich nicht gewöhnt. Bis zum Morgen. Wenn wir hier gefunden haben. Es ist nicht so großartig. Es hat eine Art, um die Kraft, aber es hat eine Art, um die Entrennung. Es öffnet die Entrennung. Es ist eine Art, um die Entrennung. Es ist ein Essens. Es ist ein Essens. Es hat mir ein bisschen Zeit gewöhnt. Okay, das klingt ja vielversprechend. Das bestimmt irgendwelche Hexen und Scheiß gehen, irgendwelche komischen Schieße. Ein bisschen Licht ist immer gut. Ja, das ist ein Portal, nehme ich an, das geht in die eine Richtung. Die Portals, großartig. Und die Witch Hunters haben wahrscheinlich mit ihnen geschehen. Es funktioniert. Ich würde es nicht. Die Frage ist, was ist auf der anderen Seite? Ist es dann ein Durchgang oder so? Ist es einer der toten Hexenjäger? Ne, hier gucke ich nicht weiter, oder? Mal schauen, ob sie... Geht nicht okay, ich muss sowieso durch. Okay. Wird noch gespeichert. Mal schön unsere Hexersinne ein. Ah, das ist zum Teil für eine große Eule. Soll das denn Witte sein? Neckers. Hm. Ich hätte so viel erwartet, dass sie so großartig sind. Aua! Mal schön anzünden, wo wir waren, dann hilft es uns auch persönlich. Da unten sind wir mehr von den Zahn. Komm mal her. Die wirke Art und den Kristall zu aktivieren. Wollen wir den Kristall? Da unten. Nehmen wir mit. Art, hier. So, genau. Speichern. Speichern. Ich suche einer. Sie sah das, bevor du dich selbst verhörst. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, wie gefährlich das Ort ist. Warte, warte, wie die anderen. Nicht eine Chance. Warte, die schwere, die ersten Wiffer-monsteren waren. Ich habe eine stärkere Stücke gemacht. Warte, was etwas großartig ist. Ich weiß, was ich hier. Ich habe gelernt, was es ist. Radovid wird es verraten. Der King wird mich verraten. Vielleicht sogar eine Medal. Warte, was ich? Warte, warte, wir kommen dich aus. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, die Teleport-Präsale. Ich habe es ausgesprochen. Wir müssen warten, bis sie für uns kommen. Wir haben keine Wahl. Niemand wird für uns kommen. Gib mir das Kristall. Ich werde uns rausziehen. Aber die Monster? Ich werde dich schützen. Was, wenn du nicht? Die Fressung. Gib mir einfach den Kristall, Mann. Sei ein guter kleiner Hunter und gib mir das Kristall. Ich bin mein guter kleiner Hunter. Hier geht's. Nein. So geil. Okay, hier haben wir Truhen. Truhen, 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 Truhen. In solchen Orten sind Truhen immer gut. Brief an Philipp Mahler. Der müsste von Dijkstra sein oder von sonstigem Inventar. Bestgegenstände? Nee. Geleit des ewigen Feuers. Hier sind nichts zu lesen. Hier sind die Lesegegenstände. Das ist hier der Brief an. Liebe Philippa, während ich dich schreibe, trinke ich deinen Liebestropfen auf der Terrasse des Anwesens meines Vaters in Medina und frage mich, was zur Hölle du dir eigentlich denkst. Ich würde ja verstehen, wenn ich einfach langweilen würde. Ich würde akzeptieren, wenn dir das Bild, das mit mir abgeben, nichts zu sagt und dir ein jüngeres, hübscheres Modell gesucht hättest, aber bei allen verfluchten Göttern Dijkstra Ach, das ist nicht die, das ist gar nicht von Dijkstra, dieser Brief. Dieses bei allem nötigen Respekt schmerbäuchiges Schwein. Was? Okay. Ja, gut. Das ist jetzt nicht weiter interessant. Übrigens, vielleicht kurz zu meiner Ausrüstung. Aktuell trage ich das Greifensilberschwert, Greifenrüstung, Greifenhandschuhe, Greifenstiefel und Greifenhose. Die sind halt levelstufig, also relativ unter meinem Level. Ähm, ich hatte vor, als nächstes, ähm, das kann ich euch kurz in den Quests zeigen, Schatz suchen, und zwar... Ne, genau, Katzenschulausrüstung. Die ist in Novigrad, da müssen wir unter dem Tempel irgendwas suchen. Das ist nämlich Level 17, ich bin Level 17, von daher sollte das eigentlich passen. Hm, interessant. Ich habe eine Frau für Dijkstra gemacht. Gehärtetes Leber, also die ganzen Baugegenstände kann man durchaus immer benutzen, die sind relativ nützlich, gerade wenn man Sachen bauen will. Feuer entfachen. Hier kommen bestimmt noch mehr Monster. Ne, hier brauchen wir erstmal ein Portal, ein Portal, ein Portal, ein Portal. Das heißt, hier brauchen wir einen Stein zu beziehen. Hier muss man irgendwo sein? Ist das unten? Wie komme ich denn da unten hin? Diese Treppe geht ja nicht bis ganz unten, oder? Ne, die ist kaputt. Hier kommt ein Portal. Einmal. Eine Kugel. Ich wüsste, Philippe, ich habe eine Avierie. Diese sind Signale von Polymorphe. Okay, das ist hier. In der Ecke, da war ich ja richtig. Aha. Gut, jetzt aktiviert. Noch mal Art. Ja, ausgewählt. Wunderprächtig. Jetzt sind wir die Einwandfrei. Durchs Punkt. Der Penner da hinten, den müssen wir schon... Oh, Necker. Lecker, Necker. Ja. Ich bin. Ich bin.